Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video fehlt leider die richtige Begrüßung, die hier jetzt eigentlich sein sollte. Und das Video beginnt mehr oder weniger mittendrinne. Aber egal. Trotzdem viel Spaß mit dem Video. Tschüss. Ich versuche jetzt einfach mal... ...ganz schnell an denen vorbeizusprinten. Ja! Wir haben die Ecke wiedergefunden, Freunde! Zum Glück bin ich nicht gestorben. Ist der Babyhund noch da? Nein! Er wäre so ein tolles Haustier gewesen. Er ist nicht mehr da. Oh nein. Aber hier unten müsste dafür... ...mein ganzer Kram rumliegen. Ja, mein Kram, okay. Wieso liegt hier eine Karotte? Die hatte ich doch gar nicht. Egal. Okay, vielleicht hat er das Skelett... Kann das Skelett eine Karotte besitzen? Kein Plan, Freunde. Egal, ich fälle jetzt erstmal den Baum hier. So, ich hoffe, dass es jetzt besser läuft. Baumfällen... Baumfällen... ...so... ...ähm... ...hier hin... ...bretter... ...werbbank... ...sticks... ...so, und jetzt klicke ich hier noch meine Werbbank an, die hier noch steht. Äh, so, ja, jetzt... ...eine Spitzhacke... ...und ein Schwert müsste ich eigentlich sogar noch haben. Das müsste jetzt im Inventar sein. Genau, mein Schwert. So, meine Möhre und den Rest mache ich mal ins Inventar. Und ich gehe auch gleich schlafen, Freunde. Na, damit wir hier wieder einen schönen Tag haben. Und der Morgen hat begonnen. Unten in der Höhle sind nochmal ganz schnell Spinnen gespawnt. Aber die sind ja zum Glück freundlich am Tag. Oder? Sind die gerade freundlich? Boah, die sehen relativ gechillt aus, Freunde. So, dann gehe ich mal hier hoch. Nein, wir brauchen ein bisschen Stein. Stimmt ja? Stimmt ja. So. Stein. Äh, mehr Stein, mehr Stein. Äh, mehr Stein. So. Ah ja, genau. Wir müssen noch einen Ofen machen. Den habe ich jetzt schon... ...habe ich jetzt schon die Werkbank abgebaut. Genau. Egal, das können wir ja beheben. Können wir einfach, wenn wir dann Wohnplatz gefunden haben, machen. Hier ist, glaube ich, unser Hundi. Ist er gewachsen? Oh. Ja, Freunde, wie man... Aber ich weiß gar nicht, wie man eine Leine macht. Uns geletzen hier jetzt auch nicht mehr. Okay, dann muss ich mir merken, dass hier noch Wolf war. Dann ist er einfach nur gewachsen. Anscheinend. Ist ja lustig, Freunde. Ich mag Schneebiome, um ehrlich zu sein, eigentlich nicht so. Deshalb würde ich jetzt einfach von mir aus nochmal gucken, ob es noch einen schöneren Ort zum Wohnen gibt, außer hier hinten. Wo war das? Außer... Außer hier, genau. Weil eigentlich finde ich es nicht so geil, wenn der Boden so hubbelig ist. Überall und dann auch noch überall Schnee. Das ist mir ein bisschen zu... Ich sag mal, ein bisschen zu düster so. Ne? Wobei hier eigentlich schon eine coole Ecke wäre. Vielleicht habe ich Glück und ich finde in der Nähe... ...ein schönes Wiesenbiome oder sowas. Aber es kann auch sein, dass ich das einfach nicht finde. Ich sprint mal ein bisschen. So. Los, geht weg, Blätter! Ich habe eine Spitz-Axt. Und ich werde sie verwenden. Genau, mein Meister. Hier ist nichts, hier ist nichts. Nein, ich glaube, wir finden... Hey, hier ist ein Dorf! Das ist ja mal übelst cool. Und ich muss nicht mal Schafe töten, weil ich die im Bett gefunden habe. Freunde. Ja. Okay, ich weiß, wo wir wohnen. Nicht im Dorf. Aber wir wohnen da, wo ich eben gesagt habe, wo ich eigentlich nicht so gerne wohnen würde. Weil jetzt, wo hier ein Dorf in der Nähe ist, ist die Ecke eigentlich ganz cool. Bei mir sind überall so kleine Höhlen. Das ist super. Wir haben direkt am Anfang einen Hund gefunden. Oder am besten sogar einen Babyhund. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Deshalb würde ich sagen, ich gehe jetzt da hin. Äh. Oh, ich habe so eine schlechte Orientierung. Irgendwo hier müsste... Ja, da, da, da ist es, oder? Hier? Ne. Oh, meine Orientierung ist so grottenschlecht, Freunde. Ich muss es einfach sagen, meine Orientierung ist richtig schlecht. Das ist wieder eine andere Ecke. Hier vielleicht, in die Richtung. Oh, Freunde, ich glaube, ich habe mich komplett verlaufen. Ah, oder? Ja, ich habe mich komplett verlaufen, Freunde. Nein, 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 ich darf nicht sterben. Nicht sterben. Irgendwas... Ah, ich habe eine Möhre zum Essen. Okay, perfekt. Hoffentlich gibt mir die genug Lebenspunkte. Ich glaube nicht. Nee, gibt mir nicht genug Hunger. Ah, Mist. Warte, mein Haus. Okay, Freunde, bevor ich mich jetzt komplett verlaufe, was ich, glaube ich, schon getan habe, beende ich das Video. Im nächsten Video werden wir anfangen, unser Haus zu bauen. Und ich würde sagen, ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.